So Leute, neue Aufnahme-Session startet hier, ich bin gerade eben aufgewacht und jetzt denke ich will es einfach, ja, machen wir einfach mal direkt weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich habe ungefähr seit einer Woche nicht mehr aufgenommen, deswegen, ähm, ich entschuldige mich nochmal, dass der letzte Part einfach so unterbrochen wurde, weil außerdem mal das Spiel abgekratzt ist, ja, auf Windows 7 ist das nicht so ganz dolle, das Spiel zum Laufen zu bringen, aber, ja. Wollen wir mal weitermachen hier, ich habe mir die Kommentare mal ein bisschen durchgelesen, die letzten Kommentare unter dem Video und ich soll ein bisschen mehr kommentieren zwischen den einzelnen, ähm, ja, Szenen, wo nichts passiert und so, wo ich einfach nur durch die Gegend laufe, das werde ich versuchen, aber, die Spiel muss ich mich auch, auch, ein bisschen konzentrieren, boah, Junge, Alter. Ja, die Gegner werden hier mal schwieriger, aber wenn es später uns am Boden magelt, können wir hier richtig schön, äh, Boden farmen. Komm, mach du mal, ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Du musst nur einen roten, ne? Sauber, ablassen, ablassen, null, nein. Ja, die Blauen, die bringen gar nichts. Mach mal hier, mach mal nochmal rot. Jawoll. Ja, Mann, diese Dinger nervenvoll, ne? Scheiße. Come on. Come here. Expelliarmus ist unberechtigterweise getroffen worden. Hier gibt es später übrigens einen schönen Glitch noch. Ich kann euch mal die ganzen schönen Glitches zeigen, die ich einfach mal während des Spiels hier rausgefunden habe, als Kind, äh, wenn das Let's Play zu Ende ist, aber während des Let's Plays ist das nicht gut, weil man kann hier auch, äh, außerhalb der Bahn, also, kämpfen, also, man kann hier über diese, ähm, Absperrung auch hüpfen, mit, äh, also, wenn ein bestimmtes Level kommt. Expelliarmus, 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 Expelliarmus. Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Immer doch, Snape, Tag und Nacht. Expelliarmus, Expelliarmus. Come on. Expelliarmus. Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Ach, Snape, Alter. Wir werden noch ein bisschen Freunde, aber das glaube ich dir, ey. Echt. Nach dem ersten Teil, ne, was du da vollbracht hast, um den Stein der Weisen zu holen, ne. Mann, Mann, Mann. Schön. So. Glaube, ja, wir haben noch zwei Gegner vor uns, dann sind wir erster. Bei dem Duelli-Club hier. Und wir haben so viel, also ganz ehrlich, wir holen uns erstmal gleich schön die Quidditch-Ausrüste von den ganzen Boden, die wir haben, weil, äh, kein Bock Karten zu kaufen, aber wir machen auch gleich einmal Quidditch fertig. So, sorry. Irgendwas ist gerade los gewesen. Ich habe mich gerade gewundert, warum mein Charakter gegen, äh, dagegen gelaufen ist. Aber mein Controller, wenn mein Controller, mein X-Fact-Controller angeschlossen ist, äh, am PC, dann macht das Spiel irgendwelche Faxen. So, hier gibt es, das ist das Level hier, wo diese Glitches herrschen. So, ich entschuldige mich gerade für den kleinen Fail. Guck mal, man kann ja auch hier hochgehen und jetzt könnte man theoretisch nach rechts gehen und dann, das sieht auch geil aus. Das wollte ich euch auch mal später zeigen, aber das zeige ich euch jetzt mal, wie ich da stehe. Weil, äh, Harry Potter ja springt da an den Game. Also, ob es normal ist, ist ja springen hier verboten. Bei, äh, den Dunia-Clubs, aber, ja. Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Man kann, man, äh, man kann einfach bei einem, dem Level hier springen. Das ist, das ist das Spiel nicht bewusst, deswegen, äh, sieht das halt so komisch aus, ne? So, dann skippen wir mal hier, das haben wir ja schon gesehen. Harry Potter hat einen, anderen Gryffindor geschlagen. Ja, Mann. Und das ist der erste hier. 200 Bogen bekommen wir. Ähm, mega. Man kann hier ordentlich Bogen farben. Wenn es wirklich mangelt, dann, ja. Das ist noch sicker. So, jetzt wird es kompliziert, Leute. Naja, aber man kann hier wenig ausweichen. Expelliarmus. 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 Er geht eigentlich. Expelliarmus. 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 Da hast du einen Glückstreffer gelandet. Vielleicht gewonnen schon, was ist das? Expelliarmus. 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 Harry Potter hat Slammen besiegt. Wie enttäuschend. Ich dachte, ohne Scheiß, der zweite, dem wir gegen diesen einen Gryffindor da, der war irgendwie schwieriger. Der war einfach. Na, das ist gut. Und jetzt sind wir der erste, ja, Leute. Guckt euch das an. Zack. Erster Harry mit Ausrufezeichen. Dahinter, natürlich. Matt will das nicht. Ja. Vergessen. So. Jetzt können wir uns erstmal Quiddich ausrissen holen. Ja, genau. Wir müssen zu dem Kräuterkundeunterricht. Ah, ja. Ja, da gibt es auch noch eine Menge, aber wir holen uns erstmal Quiddich-Ausrüstung, oder? Sollen wir das schon machen, Leute? Sollen wir Quiddich machen? Aber wir können uns schon mal die Sachen kaufen, wir können Quiddich, äh, nee, später Quiddich machen. Wir holen uns erstmal kurz die Sachen. Kann ich eigentlich schon längst hier rein? Hey, Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir kaufen ein Dutzend ein. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. Da war ich ja schon drin. Hey, Harry, Lust auf... Was verkaufst du denn? Ich habe einen Nimbus 2001. Das beste Fabrikat, das derzeit im Handel erhältlich ist. Ja, das nennen wir mal. 700? Haha, alter. Du bist wirklich ein kritischer Kunde, Harry. Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Komm später noch einmal vorbei. Ja, der hat Nimbus mehr, also, der hat gar nichts anderes mehr. Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quiddich-Ausrüstung der Chudley Cannons. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Wahl zufrieden sein wirst, Harry. Ja, auf jeden Fall. Tut mir leid, Harry, ich kann dir momentan nichts anbieten. Nie wieder. So, da haben wir unsere Quiddich-Ausrüstung. Mega. Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Kann man das machen? Gott, wie viel fehlen uns denn? Nee, alter. Sag mal, wie viel? Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurm. Ah, nee. Von aller bester Qualität. Nee, das machen wir nicht. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Nee, alter, das brauchen wir nicht. Tut mir leid. So. Hier war irgendwas noch. Aber irgendwo war hier... Hier ist irgendwo ein Geheimgang. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Ah. Jawohl, da ist er. Ich glaube, aber hier können wir noch nicht viel machen, oder? Nee, hier brauchen wir Defindo, aber... Ja. Das ist ganz schön lustig. Diese Gnome hier, die können aus den Dingern, äh, Bertiebots Bohnen machen. Müssen wir uns später... Also, das wird bei der Defindo-Ausforderung auch vorkommen. Deswegen wird total lustig sein. Einfach mal ein kleiner Spoiler. So, ähm... Ja, da gehen wir noch nicht rein. Wir können eigentlich auch. Wir können erstmal die... Ruhe hier öffnen. Mann, 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 Mann. Dann hockt Gott überall die Thronen hier. So. Müssen wir hier... Na, schade. Ich dachte, wir können... Willkommen zum Kräuterkunde-Unterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als erster den Zauber ausprobieren? Ja, ne, Professor Sprout. Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt? Immer doch. Bin da so eine Leseratte. Die Hermine. Richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Siehst du den Zauberstab? Oh, ja. Sehen sich. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste... Ich haße das, ey. Diese Herausforderung besteht aus drei Übungen. Hab ich das schon gesagt? Ich glaub schon, ne? ...exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Nein. Übung 1. Junge, Alter. Fang an. Okay, das ist schon... ...anspruchsvoll. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Immer doch. Fünf Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Ich hab Ozu trainiert, Leute. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Zehn Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. 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 Gut gemacht. Du hast alle Übungen hervorragend abgeschlossen. Mein Gott, das ist so ein gespammt, oder? Alleinstelle. Du beherrschst nun die Findu, Harry. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Alter. Die Saat. Die Findu-Herausforderung fortfahren. Äh, ich feier die irgendwie. Keine Ahnung. Das ist nice. Come on. Willkommen zur Die Findu-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Ah, ja. Da ist er schon. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Als ob das jemals passiert wäre, dass die Uhr auf Null gehe. Wer das Spiel gespielt hat, Leute. Also, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich kann jetzt mal ausrechnen. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, kannst du mal ausrechnen, wie viel Punkte, äh, also wie viel Zeit wir jetzt haben. Also, in vier Minuten. Andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere Öffnungen. Verwende die Findu, um sie durchzuschneiden und dir den Weg freizumachen. Ein Reben heißt er. Ja, moin. So, guck mal, wir haben jetzt 20... Ach, 20 Minuten Zeit generell. So, aber wir werden so viele Sterne ansehen, dass... Wird einfach nicht passieren, ne? Das ist ja... Ja. Das hier Uhr auf Null fällt. Das ist eine meiner Lieblicksvorausforderung sogar. Finde ich richtig chillig. So. Jetzt natürlich noch mehr Bohnen einkaufen. Also, noch mehr Bohnen einkaufen, genau. Aber generell, äh, noch ein bisschen Bohnen einsammeln für, äh... Ja, wenn wir wirklich... Wenn wir uns wirklich paar Karten fehlen, können wir ein bisschen uns einkaufen. Rictus Sempra. Ja, währenddessen arbeite ich sogar... Also, rendere ich gerade noch den letzten Part, äh, von meinem... ...Display hier. Weil ich den noch nicht, äh, zu Ende gerendert habe. Bin noch nicht dazu gekommen. Aber jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen aufnehmen. Und damit ich, äh, Vorrat habe. Und wir wollen ja auch wirklich mit dem Spiel durch werden, ne? Also, so schnell wie möglich, Kai. Wir greifen die Flucht so eine Art. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist echt gut gemacht. Also, paar schöne Fehler, also paar schöne Glitches. Und amüsante Glitches gibt es schon hier, aber... Ja. Ah, das dauert, das dauert. Das kostet Zeit. Das müssen wir dann, wenn wir hier schon Speed One machen. Äh, müssen wir das anders regeln. Leute, Fail. Das ist ein Fail. Das ist ein Fail. Das ist ein Fail. Okay. Schreibt euch den auf. Fail. Des Tages. Wir haben ja das schon gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war ich so dumm, ne? Tut mir leid. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Schön. Dann wollen wir es mal machen, ne? Ja, die Seile, die sind manchmal auch ziemlich nervig. Schön, wenn man den Zauber hat. Willst du da einen Geheimgang nehmen? Hohe Klump-Pilze, sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwendet Defindo, um die Stiele abzutrennen. Hohe Klump-Pilze. Passt mal auf, Leute. Wenn du den oberen Teil eines Hohe Klump-Pilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Der ignoriert uns vollkommen, der Gnom. Er macht erstmal aus den ganzen Pilzen bohren. Das ist voll geil, irgendwie. Okay. Das ist meine Brunne. So, das war's. Come on. Finde ich total lustig. So. Hier ist Peeves drinnen. Pass auf. Haha. Wow. Nice Troll. Wo ist denn der? Wow. Einfach mal durch den Boden geglitscht. Normalerweise sollte er ja nach oben fliegen hier. Ah, der ist anscheinend nicht mehr da. Na gut. Schauen wir noch die Bohnen hier ein. Ah, schade eigentlich, dass hier jetzt gerade keine Musik läuft. Wäre ein bisschen chilliger. Ist anscheinend ausgefallen. War wohl der Kassettner-Rekorder kaputt. So. Fuck. Ich bin schon öfters runtergefallen, weil während der Szene, äh, hört Harry auf zu springen. Oder generell irgendwas zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier wäre. Haha. Wobei den Schwarzen, da fällt Harry einfach mal gerade, straight runter. Ist einfach... Pfff. Lustig. Oh, das ist auch natürlich blöd. Wie habt ihr uns gesehen? Hä? Voll unlogisch. Ist doch viel tiefer gelegt als wir. Come on. Troll da nicht rum, Flo-Ba-Baum-Schleim. Ich dachte schon, das können wir nicht holen. Hätte ich nicht auf einen Fail gewesen. So. Wollen wir mal weiter. Ich glaube, bis jetzt haben wir alle den Sternen. Ich weiß nicht genau, aber denke... Denker wahrscheinlich. Müsste ganz gut sein. Okay, das war's. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern. Oder verwendet die Findo, um die Stiele abzukehren. Nee, Alter, das machen wir nicht. Wir sind doch auch nicht so in die Umwelt. Also... Wir sind für die Umwelt. Naja, und wenn wir das machen, dann... Ich glaube, Hagrid, der Wildhüter... Ja, ja. Die würde uns umbringen, wenn wir sowas machen würden. Das Professor Sport sowas sagt, ne? Die ist auch für Pflanzen normalerweise. Die liebt ja Pflanzen über alles. Hier diese Venemosa Tentakula. Die finde ich auch geil. Im ersten Teil sind die mega. Da gibt es eine Stelle, nämlich da sind die Maxi Venemosa Tentakula unterwegs. Also die sind ultra riesig. Boah. Ja. Vielen Dank.